Radialpedal, hier die ganzen Spielhilfen als Pistons, Walze, Schwelle, es gibt sogar einen Plenum als Register und, oder Spielhilfe besser gesagt, und, ja, ich mag diese pneumatischen Orgeln in so einer Art tollen, enormen Akustik, und hier natürlich wieder mal meine Noten, die teilweise von einer Maus angegriffen sind zu sein, also hier kann ich es kaum noch lesen, wenn es dann so abgeknickt ist, im Zug, ich zweifel versuche wieder gerade zu kriegen, aber ich habe es ja immer so irgendwie im Kopf, ich bin so, immer ärgere ich mich voll über Bach.